Wer, der Kanu? Ne, hier einer, ein Raptor. Oh, hier ist ein großer Kanu. Oh, der killt hier gerade schon welche. Oh, der ist groß. Wir müssen echt aufpassen, wie wir jetzt kämpfen, weil wir beißen uns jetzt mit 10.000 Leuten hier gegenseitig. Der lauft weg. Aber ich bin aber zu klein für den. Wie war nochmal der Ansprung? Festlich. Aber das Problem ist, ich bin zu klein, glaube ich, dafür. Ich bin übrigens ausgewachsen. Ich nicht. 96. Weil ich nicht so eine tolle Ernährung habe. Oh, das ist ja ein Kanu neben mir. Der kleine Babykanu ist auch noch hier. Oh, ich hänge hier ein Baum fest. Ach so, ich dachte, das wäre ja einer von meinen. Oh, ist der kleine Babykanu, den mache ich platt. Ah, wo sind denn jetzt alle hin? Hm. Ich halbe mal. Ich schrei. Oh, da hinten ist Kropos, guck mal. Ja, da bist du bei uns. Ach da. Hier ist der Kanu, Achtung. Und hier so ein kleines Kanu-Baby. Oh, ich habe ein Sound-Bug gerade. Oh, hier ist noch ein Kanu. Oh, hier kommen mehr Kanus. Oh Gott. Nicht rennen. Ich bin gerade von vora gefangen. Uh, warum hat er nicht gesprungen? Jetzt hat er gesprungen. Oh, jetzt hat er. Ist das ein Kanu? Nee, ist das nicht. Oh, ich habe gerade voll den bösen Sound-Bug gehabt. Oh, die Kanus sind zu stark, ne? Es sind drei Stück jetzt, Leute. Brauchen wir gar nicht mehr rangehen. Drei Kanus. Macht euch aus dem Weg. Na ja, theoretisch, wenn wir genug Dinos sind. Ja, hier sind... Einer ist tot. Aber guck mal, wir haben schon auch ganz viele Raptoren sind schon tot. Oh, nee. Einer ist gerade gestorben. Ah, das ist gar kein... Das andere ist ein Kerato. Ein Cerato. Oh. 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 Die Sounds sind aber echt böse gerade hier. in der Nähe. Oh, es leckt auch gerade. Zu viele. Zu viele ist leckt gerade. Das sind aber die Sound-Probleme, die das Leck verursachen. Merkt ihr das? Kommt noch jemand da? Ja. Oh, oh. Bei mir ist der Kerato. Äh, Kerato. Aber der hat nichts gemacht. Der hat uns alle essen. Er hat nichts. Greift der an? Nee, er läuft einfach vorbei. Ich wollte gerade sagen, der hat nicht vorbei. Der hat gerade die ganzen Kanus gekürt und ist gegangen, ne? Die Droh, gute Nacht. Wir haben hier einen Anfänger verloren. Schade. Gut. Traurig. Wir haben jetzt nicht essen. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Es ist alles eingefroren. Jo, jo, jo. Matro, hallöchen, danke schön. Schönen guten Abend. Jo, jo, jo. Ja, Spiel ist abgestürzt. Eingefroren. It's freezed. Mal gucken, ob es noch läuft. Wo ist meine Taskleiste? Läuft eigentlich noch? Aber wird nichts mehr kommen. Der ist tot. Juhu. Oh, sitzt hier noch rum. Oh nein, jetzt habe ich gekotzt. Und Paul kotzt auch Dex nicht an. Ja, Dex war lange gekotzt, Dex. Das war eigentlich, das war Dex. Ja, klar. Der Absturz kam erst dann, als dieser Soundbug kam bei mir. So, du, du hast dich in meine Kotze gelegt. Ich weiß. Es ist alles zum Kotzen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich überredet, was ist das Problem, Paul? Ja, ich habe nichts, alles so in Ordnung. Sieben sind wir nur noch. Wir können auch eine einladen. Ja, ich bin da aus der Gruppe raus. Ne, du wirst noch angezeigt, als in der Gruppe. Wir waren auf irgendwas, ne? NA4. NA4, ja. Sie weißen und only Leo. Dankeschön. Fürs Völken. Völkirieren. Das erste Mal, ne? Dass ich jetzt gerade, dass das erste Mal überhaupt, dass bei The Is irgendwas stehen bleibt. Könnte ja sein, dass der Server voll ist. Ich habe nicht darauf geachtet, ich habe einfach drauf geconnected. Flux ist auch aus der Gruppe raus. Wenn ihr den könnt, ihr könnt ihn doch einladen. Ja, servus. Ja, machen wir das. Anti-Cheat, siehst du? Und ist Anti-Cheat was anderes? Hat das vielleicht was mit, ähm, mit Gruppe voll zu tun? Warte nicht. Der hier? Das hier Flux? Das hält grün und hat einen roten Rücken. Na, warte mal ein. Er macht nix. Doch, jetzt. Oh, ich bin wieder drauf. Klappt irgendwie nicht. Was will ich mal versuchen, Pau? Hm, ich versuch Dex einzuladen, aber er tut sich nix. Oh, wow. Äh. Ach, toll. Ich bin bei euch wer drin? Nee, wir haben eine neue Gruppe. Und bei dir drin jetzt? Ah, okay. Ich hatte einfach nur zwei gedrückt gehabt, weil ich gesagt hatte, dass ihr mich einladet. Hä? Wieso habe ich jetzt den Magen wieder leer komplett? Hä? Und die Trinken? Ich habe alles komplett leer. Äh, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben den Acht. Jetzt habe ich das erste Mal wieder Musik. Ich habe auch vor die Soundbugs, wenn die ganzen Leute hier fressen. Die Musik ist so ewig immer hier. Oh, oh. Hallo, Aria. Hallo, Aria. True. Ich bin eine Welle. Ja. Oh, es ist... Jetzt kommen gleich noch mehr Soundbugs. Die Peek ist gleich wieder aus wie dem Sound oder sowas. Oh, Gott. Ich bin durchs Zakaratu einfach. Ey, da hat mein Stinn. Wollen wir mal zu den Füßen jetzt folgen? Wie können wir die Schnüffeln näher? Hä? Wieso habe ich das gekotzt? Wieso denn? Drück mal, drück mal, ähm... Tab und guck mal, ob du vielleicht, ähm... Lymphmittelvergiftung hast. Hier verstehst du gar keine Ahnung. Mein Magen war komplett leer. Ja, aber kann doch sein, dass du trotzdem irgendwie warst. Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt, äh, Sickness. Wurde, Sickness. Wurde ich gerade gar nicht. Ich wurde die Anzeige falsch. Weil ich war eben, als ich ausgelockt bin oder rausgeflogen bin, war ich voll. Schier 100, ich bin müde und werde schlafen gehen. Gute Nacht an alle. Ich bin ich dir mit. Danke fürs Zuckucken. Danke für den Support. Danke dir. Gute Nacht, Ruhe. Wo wollen wir eigentlich? Ach, kurz vor 12. Ja, toll. Jetzt habe ich den ganzen Magen wieder vollgegeben. Ach, Mann. Wollen wir den Füßen nicht folgen oder nicht? Den Füßen? Ja, wenn du schnell fällst, gibt es da so Füße. Die mit der Palme. Ach so, das meinst du, das Zeichen. Ja, können wir gerade machen. Okay, wenn alle bereit sind. Oh, ich nehme euch mit. Ja, das ist eine gute Sache. Ich brauche das ganz sicher gleich noch wieder, weil mein Magen ja komplett leer ist. Ja. Wir wollen den Karate killen, aber der ist doch so nett. Ich meine, wir sind viele, ja, aber... Können wir essen, aber... Nee. Würde ich aber auch nicht machen. Und der hat meins gegeben. Genau. Würde ich auch nicht machen. Die hat uns gerade eben das Leben gerettet, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kanus haben da ziemlich viel Fetze-Fetze gemacht. Und ich habe jetzt gerade ziemlich viele FPS-Einbrüche. Wow. Pau, guck mal, wie ich laufe, weil ich Essen nicht hab. Du kriegst einen sich harten Nacken davon. Richtig harten Nacken. Du kannst hier Salz lecken, glaube ich. Hier an der Wand? Das ist ein Salzstein. Ja, hier. Mh, lecker Salz. Ich klingt nur auf Pfeffer. Yum, 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 yum. Würze mal mein Steak. Ja, es geht mir wieder besser. Warte mal kurz, Leute. Dann gehe ich mal ganz kurz... Hier klaut mir jemand Dragon David. Aber bleib, behalte es, Dragon David. Ich laufe nochmal ganz kurz nach oben, Leute. Weil jetzt, wenn ich den Salz habe, ist mir wieder besser. Aber ich muss jetzt was essen. Mein Magen ist leer. Und das kleine Stückchen, was ich da mitgebracht habe, hat nichts gebracht. Mhm. Er hätte nichts gebracht. Ihr könnt ja schon laufen. Ich glaube, dann kommt dann hinter euch her. Ja, ich warte. Ich habe echt gerade... Irgendwas ist los. Ich habe gerade eine CPU-Auslastung von 100%. Warum auch immer. Das war die ganze Zeit nicht gewesen. Irgendwas ist mit dem Absturz gerade passiert. Ähm, Dex, in deiner Nähe, wo du hingerannt hast, habe ich... Äh, AI, böse AI geschnüffelt. Okay. Serato ist eigentlich in AI. Nee, hier. Irgendwas ist bei mir gerade eben mit dem Absturz passiert. Hast du... Machst du wieder unendlich viele, äh, Screenshots? Habe ich gemacht, ja. Nein, als du den Backtoch hattest. Nee, nee, ich habe, ähm... Dann behaupten wir es auch verkauft gerade, ne? Nee, ich sehe, ich sehe, ich habe jetzt gerade eben, weil ich gerade rausgeflogen bin, habe ich jetzt diesen Taskmanager an. Und der Taskmanager, der sagt mir ja wirklich, dass ich hier gerade eine hundertprozentige Auslastung habe von dem Spiel gerade die ganze Zeit. Aber bei mir ganz besonders ist OBS komplett auf 100 Prozent. Macht genau das hat rot. Und deswegen habe ich auch gerade sowieso so, äh, so eine FPS-Zahl von, von, von Keller, von Kellerzahl. Da war es gerade nicht in Ordnung. Schließend Fall neu starten. Gut Nacht. Ja, muss ich aber alles neu starten. Ich glaube, ich mache noch bis 12 Uhr durch und dann ist gut. Ja. Richtung Füße ist auch Wassertropfen. Schau mal mal, ich bin schon bei euch. Okay. Für die Kannibalen, die liegen über so Körperteile, Gedärme, überliegt irgendwie das Verteil von euch rum. Komm mal nicht hoch, hä hä. Da muss noch mal gucken. Dahinter, hinter dem Berg ist Wasser. Ich denke mal hier unten, wenn wir hier unten langlaufen. Sollten wir da noch hinkommen, oder? Hm, wahrscheinlich. Außer neben dem Berg ist noch ein Berg. Und noch ein Berg. Ja, hier ist Wasser, hier ist Wasser, hier ist Wasser. Keine Ahnung, was los ist. Ich, das ist sogar... Ich glaube, OBS ist damit auch noch abgestürzt, irgendwie. läuft auch nicht mehr richtig rund hier läuft die liefgarten frosch das leute den sound bug den ich habe im spiel kratzen die ganze zeit bei allem was wir machen ich glaube dass das spiel sich das kommt komplett mal neu starten müssen oder bist du bereit ja immer ausnahmsweise ja warte ich trink mir ganz wasser noch voll kommen wir alle gucken wir hatten diese schönen grünen augen sehr schön habe ich auch rote augen rote augen rote augen blau äh weiß ich nicht n oder b oder n oder b da ist es zu schön die musik ist zu schön gerade kein wunder dass die dinosaurie ausgestorben sind wenn das so lange dauert das war's tschüss und nun? jetzt sitzt du da jetzt könnte ich... jetzt kann... jetzt könnte ich... jetzt kann... warte mal ich muss doch die eier legen ne wie ging das denn noch äh press das sah nämlich auch nochmal interessant aus das stimmt das sah richtig interessant aus ja musst du mich noch befruchten hihihi hihihi kenn ich geh mal aus dem weg ich muss ein foto machen hm dankeschön ich glaub du musst dabei sein wirklich ich glaub echt ne magst du wie man eier legt? ne also du wegen der dinosaurie ausgestorben die haben... ist das denn... mach mal ey ich kann den eier legen hier was für die show ruft hier alle leute ah guck ist meine fps wieder ganz normal aber bei legacy musste man sich da einfach nur raufsetzen kann man das nicht mit n oder mit b oder mit e oder... nun incubation 0 ex 0 warte mal ich geh ganz... ich geh auf Lupo ne das sind wir so langsam hier wir können nach hier... bei TAP können wir noch nicht... ich geh auf... ich geh auf... ich geh auch... ich geh auch um die Raptor da kann ich nix machen mit B sagt Akim Trimantosaurier Oik ach ja es ist ein negativ das ist ein negativ ich hab nur Temporary infertil oh mein Gott Pau was heißt das? ich bin nicht befruchtbar man du bist unfruchtbar so ja dann tötet man den Tenodafür mich experimentieren ich bin nicht befruchtbar du bist unfruchtbar Was ich mache? Ich geh mir ne neue suchen. Das ist mir schon... Was denn das? Wir können dann auch einen Kondensaurier töten, der da gerade gestrehen hat. Können sie auch ein Ei legen. Ja, bitte. Und könnt ihr uns auch wieder in die Gruppe einladen, alle? Ja. Stimmt. Jetzt kommen hier alle zu uns in die Gruppe, Tex. Ich... So. Was wollt ihr denn von mir? Ich will nicht mehr von euch. Also, ich bräuchte da ein Essen, damit ich ein Ei legen kann. Sollte ich... Hier, hier ist Essen. Hier. Hier essen bei mir. Ihr habt ein vergammeltes Essen hier, Paul. Ja, und? Wenn der nochmal Ei legen kann, dann... Guck mal, guck mal, guck mal im Stream gerade. Guck mal, ich hab die Innenperspektive vom Dino. Ich habe voll die saugeren Zähne. Was beschwert ihr euch? Au, du kannst essen. Ihr habt ja kein Zockeressen. Aber das trinkt auch nichts, oder? Gammelt essen, das geht auch. Heute kotzt vielleicht, dann gehts nicht. jetzt habe ich eine lebensmittelvergiftung man kann diese frau eigentlich kommen das mal jemand erklären was können die männer um mich herum und ich lasse jetzt mal die eier liegen das geht besser als tatsächlich mit dem aber da gibt mir auch kein punkt das mich nicht bespricht der frosch ist weg bei mir ist er hier gefahren frosch überfahren ich bin immer noch unfruchtbar müssen jetzt jagen gehen sag doch mal bitte mon amour mon amour siehst du froschfresser jetzt der französisch geworden ich wechsle jetzt ich wechsle hier mein geschlecht ich möchte jetzt ich möchte ich möchte kano sein okay wenn frauen männer sein können und männer frauen sein können oder manchmal auch gar nichts sein können möchte ich jetzt kano werden ich möchte jetzt ich möchte ein frosch werden ich will fisch sein ich will frei sein ich spüre dass der ist dahinten okay das gefällige wasser hier auch keine gute sache dass noch ein bisschen die großen krokodile drin wie wir jetzt hier alleine essen suchen die ganze gruppe die hockt da hinten am wasser wieso wir gehen auch wir gehen auch voll essen suchen guck mal wie wir gestresst sind gibt mir mal das ja kaipirinha kannst du auch mal abgeben das habe ich noch nicht getrunken da dankeschön ist ein mojito ja mit schirm oder ohne schirm dragon david ganz sicher der war hier der wasserfall was pinke banane mit schirm das macht ihr denn da war das hast du deinen penis entdeckt oder was was ist das das sieht ganz krass aus ich mach mal jetzt hier lecken und dann lecke ich gleich nochmal salz ich mach das nicht mehr mit leute ich mach das nicht mehr mit leute hier wo war denn das salz? ach doch euren scheiß da selber ich drücke jetzt hier noch einmal auf haar und wenn es weg an salz lecken nicht an der pinke banane ja das ist manchmal auch salzig wenn das nicht so ganz sauber ist warum weißt du das denn? habe ich nämlich mal probiert ey ich kann mich runterbiegen bis ganz unten warte wo war das denn jetzt? äh da hinten irgendwo ich komm nicht mehr in den stream er muss doch mal gucken ob da eine pinke banane noch da ist oh man ich bin jetzt hier rot wie der banane ich habe übrigens das motion capture gemacht für den gestiefelten karakter aus schreck da ist es Pau da ist es denn hier danke Pau immer noch unspruchsbar wo sind die zwei eigentlich? ich weiß ja überhaupt nicht jemand wo die weißt jemand wo die oh raptor gruppe hier dass wir das sehen Vielen Dank.